die auf oder setzt sie gut zu kommen aber dafür ist das Ding da ich kann es nur drei scharf klatschen okay er macht wieder Kokosnüsse Nuss Nusse steht er drin nein natürlich nicht willst du noch mehr der Galle komm her krass wie alles auf einmal leer wird das Ding da hinten leuchtet so komisch wenn ich jetzt nicht falsch liege hat es damit irgendwas zu tun ich vermute jetzt einfach mal dass ich die Frösche jetzt da reinwerfen muss das natürlich war ja klar wow okay einer hat gereicht scheinbar ja aber wie komme ich da hoch das Ding kann ich nicht benutzen das ist noch nicht aktiviert aber wie kann ich das aktivieren Lula Pusch komm mal her da ist Monster so und schuldig auch dich jetzt da reinzukriegen ähm ja was schwebt da oben okay vielleicht muss ich ja ist da da ist eine Treppe okay das heißt ich muss jetzt da oben ja ja ah Oh. Alter! Warum ist das Ding einfach aus Feuer? Nein. Alter. Alter. Hast du behindert? Mann! Ich steh auf'n'r renn. Mein! Ja genau bei Fischendierlichtung. schnell 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 komm 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 auf geht's komm her ach so scheinbar bekomm ich jetzt hier so eine treppe okay nur komm her komm hey ich dachte wir sind freunde das ist doch unfassbar aua komm her an Apple Beruhig dich, Mensch. Ruhe nach dem Sturm. Anscheinend ist er jetzt betäubt. Und ich habe kein T-Shirt mehr. Alles in Ordnung, Kiko? Oh, so schlimm. Tritt nicht den Krass, du bist verflucht. Ich bin nicht verflucht. Ich bin drin. Ah, slow-mo again. Ich glaube, es passiert irgendwas anderes um die Ecke. Kein Auto. Warum ist hier kein Auto? Also ich denke mal, es sind einfach nur Erinnerungen und... Ja, so ist... Ach, also seht ihr? Er ist das Monster. Der Typ, der mich schlägt, oder was weiß ich, halt im echten Leben. So, und... Was? Ich habe einen Mord beobachtet? Keine Sache, Kiki, ich beschütze dich. Okay. Vor was denn? Ich weiß... Das war nicht dein Fehler? Aber warum? Es hat sich nicht unter Kontrolle, ja, das ist mir bewusst. Aber er kann geheilt werden, okay? Geheilt wie? Nur du kannst Monster heilen, okay? Ich weiß gar nicht, wie. Ich werde dich zum Schamanen führen. Er wird dir helfen. So, Sam. Keine Sache, Kiki, Kiko, meinst du... Ohohoho, was? Jetzt wird's... So, meine Freundin schreibt mir gerade. Ich werde jetzt nicht zurückschreiben. So, ein Schluck trinken, ne? Ah, er frischtes Wasser. So. Okay, er rennt mir hinterher. Er schiebt mich weg. Mein Monster. Warum hast du jetzt meinen... Er schläft ziemlich gerne an solchen Holzdingern. Fällt mir gerade mal so auf, ne? Und... Hoppsa! Warum hab ich eigentlich kein T-Shirt mehr an? Uh, er schreckt nicht. Äh, such dir mal ein paar... Kokosnüsse. Ach, da hinten muss er wieder hin. Okay. Denkst du, ne? Denkst du, ne? Denkst du, denkst du, komm, 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 komm. Hallo, du stichst doch... Nee. Trolling, 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 tralalala. Nice. Es gibt auch ein Fliegen, das ist ja Hammer, ey. Was zum Teufel. Das Ding fliegt wahrscheinlich auch gleich. Oder es geht kaputt. Oh, bin ich eben erschrocken. Ach du Scheiße. Ich wusste zwar, dass es jetzt runterfällt, weil es eigentlich klar war, aber ich bin mir so erschrocken. Fliegt, meine Häuslein, fliegt. So. Was brauch ich denn noch? Da oben, wie komm ich da hoch? Bestimmt eine Leiter am Haus oder so. Oder auch nicht. So, wie komm ich da rüber? Hey, brauch ich nicht noch. Hallo! Ja, ich springe her. Ist okay. 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 Ja, natürlich, ich brauche erstmal alle Häuser und so, aber ich glaube, man ist da drüben komm ich doch nur so oder nicht. Natürlich komm ich dann nur so rüber. Oh Gott, oh Gott, muss ich das jetzt jedes Mal machen? Scheinbar. Der frisst weiter so eine Kokosnüsse. Nee. Doch, nee, das kann gar nicht sein. Ich glaube, damit muss ich jetzt da rüber. Weil das macht jetzt mehr Sinn, weil ich jetzt noch eine Erweiterung habe. Sonst würde ich da gar nicht hinkommen. Okay, sieht alles seltsam aus hier. Aber okay. Jetzt kann ich mir, glaube ich, das da holen und danach muss ich eins von den, ich glaube, ich will alle Häuser einsammeln. Uiuiui, krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Woher kommen wir jetzt hier hin? Was ist denn hier? Hier gibt es dann den weiteren Schlafplatz, wo ich wahrscheinlich... Ah, hier ist ein Haus, okay. Fußball. Ah, so komme ich auch in das Haus, okay. Interessant. Zwei Häuser auf einen Streich. So. Da hinten ist es noch ein Haus gewesen, ne? Vielleicht muss ich da jetzt... Ja, ich glaube, ich muss jetzt nochmal da hin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Frage ist, wie? Es geht noch nicht. So, da lang? Ja, bestimmt. Weil hier ist eine Treppe. Ne, ne, ne. So. Weil da ist eine Treppe. Und da muss ich bestimmt hin. Natürlich. Interessant finde ich es halt nur, dass sich die Häuser direkt wieder umstellen, wenn man es so sehen will. So. Darüber muss ich auch... Okay. Ach, hier kann ich hinten rum? Ja. Kletter, kletter, kletter. Loll, schräg klettern. Nice. Ich baue ein Hochhaus. Langsamer als... Ne, schneller als in SimCity. Oh, jetzt noch irgendwo da hinten eins. Ne. Ich glaube, da hinten muss ich hin, wo dieses... weiße Tunnel-Tunnel-Teil ist. Aber immer noch ein Regenbogen. Ähm. Hier noch irgendwas? Ich vermute jetzt einfach mal. Ich muss jetzt darüber springen. Ich versuche es einfach. Nein, nein. Verdammt. Aber dafür habe ich ja das Teil hier. Ne. Der sieht echt cool aus. Und so auch echt geil gemacht, muss ich ehrlich sagen. Es ist wirklich... Das Spiel ist mal wieder so ein Spiel, was ich... Denke ich mal länger spielen werde. Und auch... Ja. Also öfter meine ich jetzt nicht länger, sondern öfter. Und wie soll ich jetzt da rüberkommen? Ich glaube, ich brauche jetzt noch... Nein, das war ich jetzt schon ganz drüben. Ne, bestimmt nicht, oder? Weil es ist ja eher so eine Schlangenlinie. Ne, doch, ich war ganz drüben. Okay. Monster sucht sich immer noch seine Kokosnüsse. Okay, wundert, dass das Ding so fett ist. Ähm.